Mehr als ein Jahrzehnt nach einer Explosion in einer neuseeländischen Mine, bei der damals 29 Kumpel ums Leben kamen, hat die Polizei zwei der Leichen lokalisiert. Im November 2010 war die Pike River Mine an der Westküste von einer Reihe von Methangasexplosionen erschüttert worden. Nur zwei Männer hatten die Katastrophe überlebt. Detective Superintendent Peter Reed teilte am Mittwoch mit, dass auf mehreren Fotos, die bei tiefen Bohrungen entstanden seien, die Körper von mindestens zwei Bergleuten erkennbar seien, vielleicht auch eines dritten. Die Bilder seien von Pathologen geprüft worden. Sie stammten aus dem äußersten Randbereich der Mine. Es sei nicht möglich, die Körper zu bergen. Man arbeite mit Forensikern zusammen, um zumindest Möglichkeiten der Identifizierung zu erarbeiten. Jahrelang war die Mine aus Sicherheitsgründen verschlossen. Erst nach Klagen der Familien war Ermittlern 2019 der Zugang gewährt worden.